Willkommen zurück im schönsten Paradies auf Erden mit Urlaubs-Junkie Bashir, der seine Inkognito-Existenz nicht länger zu leugnen weiß und deswegen immer als das republikanische Soldat identifiziert wird und mich, dem eigentlichen Touristen, mit seinem Bauda. Schon eine Unverschämtheit, ne? Niemand respektiert meine... Wir sind hier bei das Allerletzte, ach der Allerletzte. Kommst du? Oh, achso, du bist schon... Ich habe nicht gesehen, dass du schon reif bist. Auch noch beim Auspacken meiner Geschenke. Ist noch nicht Weihnachten. Obwohl, bis die Folge rauskommt... Ne, so weit sind wir auch nicht. Hallo, alter Mann. Noch 20 Minuten, bis ich gehe. Dann schließen die Türen, Warner. Ich liebe euch wie einen Bruder, Warner. Aber die Türen müssen schließen. Hm? Ihr? Ihr wart noch nicht hier. Ihr seid den ganzen Weg zu meiner Farm gekommen, um meine Maschinen zu reparieren? Seid ihr Gronik, Kürzen? Mhm. Ich bin Gronik. Wenn man nur das Gesicht überarbeitet, aber den Rest der Gronik... Ich darf nicht mal Senil, na toll sagen. Ich dachte schon, ihr würdet nicht mehr kommen. Die meisten Läden denken, es wäre hier draußen zu gefährlich. Aber die Sandleute, sie zerstören meine Vaporatoren. Ächsen zerfetzen meine Waffen und Alarmanlagen. Das hier war mal eine Festung. Aber ich kann einfach nichts mehr reparieren. Eure Farm-Ausrüstung interessiert mich nicht. Aber die Sachen müssen doch repariert werden. Das ist meine Farm. Und ich habe doch schon die Credits geschickt. Schlag ich, alte Menschen? Hm. Sagt mir alles über Charka. Sonst werde ich ungemütlich. Bedroht ihr mich? Ich habe ihn gar nicht geschlagen. Ich war früher beim Sicherheitsdienst. Ah, jetzt habe ich ihn geschlagen. Ah, in Ordnung. Verflucht. Es ist schon lange her. Da ist der Fall. Hallo, sowas macht man nicht. Ich war... Ich war Sicherheitsoffizier in Shergas Geheimer... Da stellen sie doch mit aufsicht dumm. Ich war so stolz. Wie könnt ihr stolz darauf sein, illegale Waffenforschungen besitzt zu haben? Ich war stolz darauf, wichtig zu sein. Ich wusste... Ich wusste nicht, dass es illegal war. Das haben sie uns nicht gesagt. Das Forschungsprojekt... Es war streng geheim. Charka hat uns nie gesagt, was in dieser Höhle war. Als alles schiefgegangen ist, musste ich die Basis verriegeln. Die anderen zurücklassen. Ich habe die Wüste und die Schrecken verlassen. Ich habe gerade mittendrin einen Levelaufstieg. Was soll das? Das ist völlig wahnsinnig, oder? Ich bin nicht wahnsinnig. Ich habe in dieser Basis Dinge gesehen. Als mir klar wurde, dass ich allein war, wollte ich nicht mehr zu Charka zurück. Ich wollte alles vergessen. Also habe ich aufgeräumt. Ich nahm die Daten und habe sie versteckt. Habe sie im Sand vergraben. Ich denke, das war genug von dem alten Mann, oder? Ihr seid von Charka. Ich erkenne eure Uniform. Zu schade, dass die Sonnen ihm das Hirn geschmolzen haben. Andererseits war er wohl nie besonders intelligent. Ja, Gromek. Ich bin von Charka. Die Zwerstweiler. Ihr habt Glück, dass ich euer Komsignal nicht zurückverfolgen kann. Ich habe das zweite Extra genommen. Hey, Alexander ist es noch? Charka ist vor einiger Zeit auf Gromek aufgelaufen. Wenn ich könnte, würde ich euch entschießen. Wir haben seine Vellemikasensoren deaktiviert und gewartet, ob jemand kommen würde. Ich konnte ihn vollschaftlich grüßen. Ihr habt meine Feuchtigkeitsvaporatoren kaputt gemacht. Die auch, ja. Darf ich fortfahren? Unser Honigtopf scheint ein paar Fliegen angezogen zu haben. Und nun steht es mir frei, euch und den alten Mann umzubringen. Lasst uns drüber reden, Lexende. Ich spreche aus einem Luftschiff zu euch, das zwei Kilometer über der Oberfläche schwebt. Ich kann euch mit zwei Turbolasern anvisieren und euch Droiden auf den Kopf fallen lassen. Ich habe die Oberhand. Ich werde den Alarm anmachen. Me, Typ. Hallo, typische Charka drüben. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Folgt mir. Was ist er denn? Opie, wo bist du? Oh. Oh, das ist schon aufgeregt. Oh, das ist schon aufgeregt. Frechheit. Wie mache ich das hier überhaupt? Hier kann er uns nicht erwischen. Wir sind die Sicherheit. Ja. Famous last words, oder? Das war aufregend. Schade, dass ich euch nicht grillen konnte. Aber ein Erstickungstod ist auch gut. Viel Spaß in eurem Grab, meine Freunde. Er hat Unrecht. Er hat Unrecht. Zuerst. Zuerst. Allerdings. Zuerst. Hier. Das ist ein Versteck. Die Charka-Daten, die ich vor Jahren versteckt habe. Ich habe sie überall in der Wüste vergraben. Und dies ist der erste Teil. Ihr könnt sie haben. Ich wollte euch nicht erneut in diese Charka-Sache hineinziehen. Ihr habt das Hologramm gehört. Charka versucht nun, mich umzubringen. Ich schulde ihnen gar nichts. Und meine Freunde aus der Basis. Ihnen kann niemand mehr wehtun. Als ich das Versteck gebaut habe, habe ich auch einen Fluchtweg geplant. Dort ist ein Hintereingang, durch den ihr nach draußen gelangt. Gromik, ihr seid mein Lebensretter. Geht schon. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Ich muss warten, bis sie aufhören, meine Farben zu beobachten. Wenn ihr die anderen Daten über Charka wollt, ihr findet sie in der Wüste. Lasst sie nicht damit davon kommen. Dieser kleine Geheimgott. Ja, den hat man bestimmt nicht gesehen vom Luftschiff aus. Niemals. Kann ich mir nicht vorstellen, wie. Okay. Ah. Jetzt dürfen wir überall die Sachen ausgraben. Sammelaufgaben, endlich. Ach Gottchen. Endlich mal was richtiges machen. Hast du andere als ich? Nee, ich habe nur Lackes davon. Achso. Wolltest du ein bisschen schnüffeln, ne? Ja. Keine Macht der Drogen, weiß nicht. Das ist schon ein paar Folgen her. Krass. War aber auch ganz lustig. Wie merkwürdig, dass diese zwei Genosianer ausgerechnet diesen Stein bewaffen. Ausgraben sogar. Kannst du das auch aufgehen? Ja. Natürlich blöd. Nichts zu prickeln. Kann man kurz stehen. Hat er auch noch. Na gut. Nichts zu prickeln. Weite 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 Wege sind das schönste Schwäbisch Hall. Oder so ähnlich. So. In vier Stunden erreichen wir unsere gewünschte Destination. Bis dahin halten sie sich bedeckt, angeschnallt und entspannt auf der Fahrt nach nirgendwo. Bravo. Der nächste reservierte Speeder ist für Sie reserviert. Äh, der nächste weiß. Sollte Ihnen unternächst auch einmal langweilig werden, gibt es ein weitreichendes Potpourri an Möglichkeiten in unserem Bordbistro. Bis dahin, vielen Dank. Dann bin ich an einem vorbeigefahren. Ach nee. Und genießen Sie den Aufenthalt mit Tatooine Airlines. Oh, die heißen die Waffe. Lol, irgendwie hat das null funktioniert, meine Waffe zu benutzen. Das hat aber gut versteckt. Ja, ne? Er hat auch seine Frau einmauern können. So, auf die ist im nächsten Versteck. Oh, seine Frau. Eins, zwei oder drei, du musst die entscheiden. Schau mal, wir kommen uns näher. Oh, das ist schön. Was kostet da eigentlich nochmal die 140, äh, 120? 120 und 130 prozentige Geschwindigkeit. Ich hab's mir nie nachgeschaut. Du kriegst ja nur 1 bis 3 im Handelsdings. Also den Spawner, also den Rest, den Rest, das hast du ja im Vermächtnis von dir. Pro Charakter sogar. Heilige Scheisse. Ja, wieso hab ich hier noch nicht mal Kleidernavigation 3. Hat man nicht hier mal Kleidernavigation 3 im Dings bekommen? Was hast du denn du für ein Level? Ich habe auch nur zwei. Strange. Heilige Scheiße, 250, 600.000 und dann... Eins, zwei. Meine Verzeihung. Ja gut, so viel Unterschied macht das jetzt auch nicht. Okay, dann jetzt können wir Schnellreise machen, dann können wir mit dem Speeder fahren. Okay. Ist das nicht schön? Endlich. Nein. Endlich kriegst du deinen Willen. Speeder fahren. So Leute, ich habe zwar gedrückt, aber es wollte nicht. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Wow. Die verarscht mich. Okay, ich bin da. Ich bin auf dem Weg. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ach, das ist der Stützpunkt. Hm, der ist da in dieser Biegung, habe ich ja gesagt. Habe ich gesagt. Ist bekannt. Ja, ja. Ist bekannt. Ist schon gut. Ganz ruhig. Ich habe es wohl einfach angst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh Gott, ich komme mir nicht so nach, das bin gar nicht ich. Aber du bist ein Held, Ray. Wir haben nur so lange durchgehalten, weil du uns die Vorräte beschafft hast. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Es ist Auston. Ich konnte nicht einmal meine Liebsten beschützen. Ich bin bloß ein Dieb. Kein Held. Da. So jemand würde nie zulassen, dass seine liebsten brutalen Piraten in die Hände fallen. Im Gegensatz zu mir. Sagt mir, was passiert ist, Sir. Worum geht es? Um Rache. Die Piraten wollten, dass ich leide. Die Piraten denken, nur weil Tatooine etwas abgelegen ist, können sie hier machen, was sie wollen. Sie morden, plündern, brennen alles nieder. Ich glaube, das steht auf Treibson. Ray's war der Erste, der sich gewehrt hat. Ich habe nur zurückgeholt, was sie geklaut hatten. Und als diese Mistkerle merkten, dass sie mich nicht erwischen können, haben sie sich meine Liebsten geschnappt. Ich kann das Lösegeld nicht zahlen. Und ein Rettungsversuch wäre Selbstmord. Ein feiner Held bin ich. Bewaffnete Piraten, Geiseln, das wird ein Standardeinsatz. Oh, perfekt. Wenn ihr Ray's helft, wären wir euch unendlich dankbar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke sehr. Bitte, passt auf, dass sie nicht zu Schaden kommen. Und diese Mistkerle sollen bezahlen. Der Psychonsprächer macht jetzt ASMR-Videos. Was kann ich euch danken, Sir? Ich bin dankbar für eure Hilfe. Oh, lass mich mal kurz das Zeug wegschmeißen hier. Viel zu viele Minuten. Weg damit, weg damit, weg damit, alles. Ich nehme auch keine, sagen 1-Geschenke. Sie sind einsatzbereit. Ich darf keine Geschenke annehmen im Dienst. Gehen Sie auf Ihren Kosten zurück. Oder? Nanu? Doch. Ich schon. Ja? Sonderrechte wieder. Ich schon. Genau. Natürlich. Für jeden Chaos-Trupp. Hast du was dagegen? Hallo? Höre ich da Neid aus deiner Stimme heraus? Mhm. Ich muss erstmal diesen Hügel rauf. Anstrengend. Danke, dass ich auch noch zu dieser kleinen Kaffeekunde gesehen habe. Wollagen. Ich wiese eisen 떠�eln. Ich bin an dem Ancient Stone. Ich bin frohШ за einen Club. Ich bin ein großer K Eightys mehr. Ich bin ein großer Content. Ich bin ein ANC. Ich bin ein kleiner из T medidas. Ich bin an meinem Boden. Ich kann mir nicht vorstellen, was ihr mit ein paar Kanonen von Sandläuten wollt. Seid ihr ein Sammler? Lass mich fragen, was Geld. Wir kennen uns einfach zu gut. Ja, man. Anker Manik. Halt. Achso, er ist da rein. Da könnten wir, egal, wie wir wollen. Bist du das? Ne, das bist du. Ne, das ist Faula. Achso, unsere. Du legst auf, ich leg aus. Wir legen auf. Die wenigsten kommen jemals an solch einen Ort. Es ist furchtbar dort. Kein Wunder, dass die Cherka Corporation ihre Basis am Dünmeer errichtet hat. Dort würde nie freiwillig jemand suchen. Er wird sich dran gewöhnen. Wie war euer Besuch beim alten Gromig? Seht euch an, was ich gefunden habe. Dies sind die offiziellen Cherka-Aufzeichnungen aus der Geheimwaffenabteilung 7. Baupläne, Übersichtskarten. Gromig war ja bestens ausgestattet. Blattier, ich denke, wir werden euch brauchen. In Ordnung. Mit diesen Karten sollten wir die grobe Position der Basis bestimmen können. Das Problem ist, dass die Dünen in den letzten paar Jahrzehnten gewandert sind. Wir brauchen Geodaten, um die genaue Position zu bestimmen. Wie werden diese Geodaten ermittelt? Theoretisch sind die Daten nicht schwer zu beschaffen. Ich kann euch einen Felsscanner geben, der sich in den Sand bohrt und uns den Weg zeigt. Aber große Teile dieses Gebiets sind unerforscht. Es gibt Gerüchte über Ansiedlungen von Sandleuten und Crate-Drachen von der Größe eines Raumschiffs. Ihr wollt wohl nicht, dass ich mein Leben dafür riskiere. Wenn ihr an ein paar Orten Daten erfasst, kann ich die Position der Basis ermitteln. Kommt zurück, wenn ihr fertig seid. Lasst euch Zeit. Und seid vorsichtig. Wegweise. Oh, Sozialstufe 5. Okay, Z. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Hä? Ich bin... Ah, doch. Okay. Dann die Helden-Quest. Kann schon was los hier. Ja, ne? Der Bürgermeister muss draußen stehen. Das ist der Bürgermeister? Ich sehe da, glaube ich. Das klingt ja ausgeschmissen. Ja, er sieht ja ausgeschmissen. Das klingt ja nicht so toll. Das klingt ja ausgeschmissen. werden. Okay. Du musst ja gleich da oben rein. Mhm. Irgendwo. I believe. In Steve. Hm. Bin schon nah rangekommen. Die Imperials. Ja. Oh. Nicht mal ein Bonus. jetzt ein bonus weiß ich nicht ist eine mission dann jetzt ein bonus war ein eine frage du weißt ich bin ich so der soziale mensch bringt dann brauchen nur noch zwei imperiale führer einer ist da oben wo einer kommt uns gerade entgegen warte dahinten ist eh einer einer kommt in die gegenwarte uns entgegen gegenwart weißt du das war so lustig uns entgegen warte deswegen gegenwart ich habe mich hier verlaufen ich dachte der chaos trupp wäre nun auf unserer seite das überlegen wir uns wenn sie tot sind mann ich dachte aber du hast drei auswahlmöglichkeiten ja aber nein es war entweder waffen fallen lassen mit vergnügen oder irgendwas anderes was genauso sinn befreit war das gibt es doch nicht man mann 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 muss ich mal kurz auch energie ich glaube nicht dass der techniker noch ein großes eine große herausforderung ich ergebe mich bitte ich brauche nur die position eurer basis wenn ihr mir das sagt könnt ihr gehen ja eigentlich weiß ich was dagegen basiskoordinaten hier auf diesem daten datenbett ihr könnt jetzt gehen soldat danke für eure kooperation danke vielen dank guckt schon wieder finster muss mein holocom noch benutzen lieutenant lieutenant hört ihr mich hier ist olé clern seid ihr da lieutenant ich höre dich mit mir ist irgendetwas passiert lunta hat sich eben gemeldet er sagte dass köln gorik abzieht er ergreift die flucht lieutenant dieser abschaum hat dutzende unschuldiger leute für seine tests getötet diese menschen verdienen gerechtigkeit ihre familien verdienen gerechtigkeit bitte beeilt euch lieutenant muss für seine taten zahlen dieser imperiale abschaum wird mir nicht entkommen er hat für euch die flucht entgriffen jetzt müsst ihr ihn erledigen viel glück lieutenant klaren klaren ende ja genau halte ich jetzt nichts von muss ich sagen ja von was den aufzuhalten oder wie generell so von eurer ganzen krumme leider hallo ja ist schon gut ich meine dass wir die imperialen machen die werden schon wissen was sie tun hallo grüß dich kannst doch nicht immer jeden umbringen bring doch gar nicht jeden um wenn du jeden umbringst bring doch gar nicht jeden um doch wenn du jeden umbringst dann ist keiner mehr da für den du bezahlt wirst ernsthaft was ist denn weiß ich was du immer mit den gegnern hast die waren hier die waren hier so ich mache jetzt das gespräch mit dir mit der kiste alleine ich war ein sehr wertvolles gespräch nicht wahr so war es schon das ist ein teilbonus ach Gott, ach Gott jetzt muss ich ja noch alles machen dahinten hinter uns ist noch die ne da oben wo die helden 2 ist wollen wir da hin also müssen wir ja eh hin ja wollen wir eh hin müssen wirst du mir diese hässlichen kisten aufmachen naja da nix drin ich muss halt mitnehmen was man was geht so wir müssen ja eh massig leute treten ja massig nicht 40 achso ja für die helden wenigstens gleich im gleichen gebiet mhm ja gleich mal merken welche helden mission gut ist und schnell geht gesundheit danke huuuh der hat jetzt lange gehangen ja es kam vom herzen ne ja gratulation endlich Nein, ich will nicht mein Eroberungsfenster aufmachen. Sag doch, es wird mit dem Doppel-EP. Nächste Woche sind wir Endlevel. Ach, shit. Ich hab mal was gefunden. Nächste Woche sind wir dann endlich Endlevel. Hm, so schon. Wieso steigst du denn kein Level auf? Ist das nicht ein EP-Boost oder sowas? Dann kriegt man doch als Belohnung. Ja, aber trotzdem. Ich hab ja einen drin, aber... Dauert halt leider. Vielleicht zählen die drinnen auch? Naja, wir haben es eh gleich den einen. Den einen? Naja, die einen Bonus haben wir schon. Das ist ein anderes Sabotiere irgendwas. Oh, in der Bore. Das ist hier drin. Na, das ist doch praktisch. Ist diese Tür da? Siehst du es? Äh, nein, ich töte gerade Leute. Ich dachte, du bist schon fertig. Ne, wie denn? Sis, sis. Ja, hier. Ich will erstmal die Teil 2 machen, nicht, dass wir da noch weiter hinter müssen. Für die Teil 3 Bonus. Gib dir mal den letzten Teil. Komm ja schon. Die drinnen sind alles auf wieder weg. Die drinnen sind alles auf wieder weg. Ja, jetzt bin ich aufgestiegen. Ausruhen. Die drinnen. Na, schade, kann man nicht verarschen. Schade, es wäre wieder, genau, es wäre wieder lustig gewesen. Es ist lustig, dass es solche Bugs in Basisspielen nicht gibt. Aber dann wäre auch Ausrüst. Ja, ne. Oh nein, nur noch 12 Sekunden Erfahrung zu. Ja, 14 Minuten. Hä? Oh, ich habe glaube ich noch einen. Man kriegt auch für jede... Ja. Ich habe jetzt gleich mal neun reingeworfen für die 3 Sekunden hin. Neun Stück? Neun hast du überhaupt? Ne, ich meine, du hast neun Stück reingeworfen. Ja, einen neuen. Ich mag Missverständnis. Ich nicht. Sehr gut. Das ist Teil 3. verrasterfrei. Auch was hier drin. Vermutlich da hinten in der Ecke. Irgendem Kommandant wahrscheinlich. Ne. Aber wir müssen, ne wir müssen wieder raus. OK. Die 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 Übrigens mal eine Höhle die gar nicht so aussieht wie alle Höhlen Wunder fällt mir kurz auf Das war noch Tatooine da hat man noch ein bisschen mehr Höhlen Die anderen waren schon Kostet doch Geld Kannst doch nicht machen Rüdisch auch So ähm Ich würd sagen wir gehen erstmal zu dem Teil Ding noch Können wir uns nach der Helden Da können wir uns nach der Helden Mission Direkt wieder zurück porten Genau Oder von dahinten vielleicht sogar hin zur Helden Mission porten erstmal Müssen wir noch nicht mal mehr zurück laufen Wenn wir ganz faul sind Ja Mitte Achso Da kriegts auch hoch Aber dann hätte man die anderen wahrscheinlich zum töten In der Mitte Brigitte So Ach gewonnen Was gibt noch ein Teil? Ne Ne Doch nochmal Das ist doch nicht mein letzter Teil Da halt zurück Da steht noch was Bei mir ist immer noch Achso jetzt Das ist jetzt wieder da unten Boah ernsthaft Naja wir machen erstmal die Heldenquist Da wollte es jemand darüber wissen Bei den beim beim äh bei der Second Unit Also die Bonus Mission geschrieben haben Hier Praktikant du hast vier Wochen Zeit Machen wir eine Bonus Mission Okay So Wow Gleich rechts was Wir müssen ja nur Zehn killen Wir müssen bestimmt auch irgendwo hin oder? Ja genau Gleich rein Nutzend Am besten den Hauptweg einfach Folgen Ich würd mal wetten Bei dieser Art Einrichtung muss man immer nach oben Als zweiter Teil Das heißt Zwei Zwei Vor allem mit dürfen ja nur die Piraten Zu den Sonnentoten Ja Hier müssen wir die blöden Luiden Ach Scheiße Das heißt es zählt immer nur einer Gott Ich sag ja Teorin Heldenmissionen sind generell Die Republikanischen Heldenmissionen sind irgendwie alle Gewehr Ichjunge So Mann Hier erstmal Bad Rage gucken Mh Sollen wir gucken, ob da oben noch mehr sind? Also ob da oben noch genug sind? Oh, da stehen mal drei Na guck mal einer an Damit kann man noch arbeiten Die anderen Seite auch? Ne Es sind wieder recht viele Druiden dabei, aber es bleibt uns ja nix übrig Naja Ich meine, es ist ja eh ne Instanz, die ich verspornen möchte Das ist ja, wenn selbst wir nochmal hierher müssen Ne, ist ein Tod Da, 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 da Ja So Guten Tag Oh, da sind auch nochmal zwei Natürlich, da fehlt uns ja noch genau einer Ja Really? Oh, wir müssen runter Really? Spiel? Really? Genau da, wo wir sie noch nicht gekillt haben? Doch Okay, kurz leer Ach so, jetzt muss ich erst mal wieder ankommen Ach ja Ich kann nicht ganz folgen Haha, what the fuck? Hast du den Druiden auch bei Jedron? Mhm O Kukauanji trotzdem Ich Ich gehe umzuse Do biska um posa me bono war tweep a detail Bok Buck prah onna wonga Oba Tonga she's a bitch a wonky key at a draw Naja, immerhin stehen wir wieder am Anfang. Relativ. Welche Metapher? Schön. Hehe. So. Dann gehen wir mal noch zu diesem komischen Bonus-Ding. Siege und Durchsuche für Finstere. Gartrus. Gartrus. Ist der überhaupt hier? Warte mal. Wir müssen da hoch, oder? Ja. Äh, ja. Kommt das auch runter, oder? So. Noch langsamer, ne? Hm. Piep. Oh. Ah! Nein! Nein! Ich dachte, weil sie angehalten hat. Oh. Oh. Das Ding hat zu lang gedauert, bis es runter kam, weil es zwischendrin anhält. Ah. Oh Mann. Kann ich ja nicht wissen. Was ist das? Das ist diese sogenannte Fahrstuhl-Roman, die konnte er immer verloren. Ja, ne? Bis wir da sind, ist mein Held im Moment auch weg. Schade. Egal. Egal. So. Kann man zwei fliegen mit einer Klappe klagen. Ah. Wunder. die vordamen braucht er denn noch Prozent Krippekte Felsen wo sie gar nicht reingekommen Prozent da können wir das man zur Basis teleportiert er hat die Klinik den Rest und dort auf aufbrechen für den Weg genau sie dennoch nächster folge aus oder sind es bei 40 minuten dachte du magst 40 minuten ihr seid zurück habt ihr sie gerettet sind meine liebsten in sicherheit wollt ihr eure liebsten zurück hier wir sind sie nein warum tut ihr das wieso wieso ich verstehe spielzeug es ging nur um spielzeug das haben die piraten hier geklaut ruhe halt den mund vielleicht kann ich sie reparieren nun okay wir wollen nicht länger stören der bürgermeister auch hier das ding einfach nenn ich ja jetzt die mission 455 tausend erfahrungspunkte warum kriegst du 400 ich krieg 300 noch was weil du noch weiter unten bist steigt ja mit dem level wir müssen aber die prüge hat oder müssen wir über diese brücke musst du gehen nicht die andere weiter drüben nehmen so waren wir hier wirklich gerade richtig lang ja wir müssen ja hier ist bloß ein knall na ja gut das stimmt oh gott zwölf sekunden haben sich ja wieder was auf einfallen einfallen umfallen drumrum fallen nicht was hat es irgendwas gemacht bei mir nicht scanne mal mit so schlimmer ist die account teile suche das ist ja halleluja ok dann da hinten oder würde ich sagen ja ja gut ja 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 jetzt stehe ich mich wieder genau ins zentrum jetzt stehe ich mich wieder genau ins zentrum Spannung war kaum tatsächlich ja ne du musst schon da durch oder was ja aber wir müssen eh nochmal hier entlang ja wir müssen da unten irgendwie oder wir müssen zumindest erstmal die Scharfschützen da killen und irgendwie Scharfschützengewehre sammeln ich glaube wir müssen beide looten ja das wird lustig während sie bluten und ja ich werde das immer wieder so sein und ich werde das nicht schweiß Da brauchen wir noch einen, da müssen wir eh runter, oder? Ne, da ist noch einer. Ich dachte, dann müssen wir eh runter. Da unten ist da auch noch was. Da unten müssen wir doch noch zum Letzten scannen. Das ist da unten, oder ist der da drüben oben? Ich hab keine Ahnung. Muss ich mal gucken auf der Karte. Der ist unten. Ja, gut. Können wir da... Warum... Ach, weil die Bonus tauchen. Ah, das verstehe ich nicht. Okay. 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 Halt mal da. Da sind noch 3, das ist so. Bist du denn, du bist schon unten? Nein, okay. Ach so. Sag noch, warte und du haust einfach ab. Ich bin Level 74. Jett mich. Das überleben wir nicht. Wir gehen da vorne über die Brücke. Und gehen dann da runter. Okay. Und in der nächsten Folge scannen wir... Ah ne, wir scannen heute noch. Aber in der nächsten Folge machen wir das dann da noch. Jawohl. Wollen wir mal gucken. Äh, ich muss dann da oben rein. Sieht man. Ich hab kaum zu übersehen. Die riesen... Das riesen Tor. Jetzt bauen wir dann auch in der nächsten Folge. Ist ja alles hier in der Ecke. Und dann schauen wir mal. Ah, hier sind auch noch Sandleute. Oh... So... Du machst schon. Yay. Es passiert, wenn ich aufs Gilden-Fenster guck. Alles klar, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und tschau. Tschüss.